ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ja, der ist drin, der ist drin. Dankeschön. Over the line, over the line. Wo ist die Linie denn hier? Du siehst die Linie. Die Linie ist davor. Nein, nein. Die Linie ist davor, der ist drin. Dankeschön, danke schön. Du bist dran, konzentrier dich auf dein Spiel. Das ist der erste Ball und wir müssen direkt schauen. Konzentrier dich auf dein Spiel. Okay, 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 okay. Gute sa vie. Gute sa vie. Gute sa vie. Yes, sir. Gute sa vie. Oh, mein Gott. Ach, der weiß. Ja! 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 No! Boah! Ja! Ja! Boah! Schade, schade. Jetzt sind wir da gerade. Komm, weiter, weiter. Nee, ich will denen eine Chance geben. Ja! 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 Ja, Savi! Ja! Wie ist so? Ja! Ja, Savi! Ja, Savi! Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Come on, bastus! Nyaaah! Schauない! 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 Roll if you want! Oh, das ist los! Schreit! Top! 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 Hallo liebe Fans, ihr habt die Möglichkeit mit einem Kommentar unter dem Beitrag diesen schönen Pulli zu gewinnen. Und in der Beschreibung gibt es weitere Gewinnspiele für euch.